Musik Bei diesem Angebot handelt es sich um einen Bootsliegeplatz in einem Reihenbootsschuppen in Neustrelitz. Der Grundstückseigner ist eine Wassersportgemeinschaft. Beim Kauf des Bootsschuppens ist eine Mitgliedschaft im Verein erforderlich. Musik Es handelt sich um eine der größten noch verfügbaren Bootsschuppenboxen an der Bundeswasserstraße. Musik Die reine Wasserfläche im Bootsschuppen beträgt 10 Meter mal 3,20 Meter. Musik Die Box hat eine Vorrichtung zum Hochziehen des Schiffes für das Winterlager. Das Tor lässt sich elektrisch öffnen. Musik Hinter dem Schuppen in Richtung See ist eine Sitzecke für den Sommer. Zum Beispiel zum Grillen. Außerdem hat man von hier einen tollen Blick auf den See und kann am Abend wunderbar den Sonnenuntergang genießen. Musik Diese Anlage stammt aus den 70er Jahren, wie die meisten in unserer Gegend. Dank der tollen Lage am Stadthafen steht auch einer stilvollen Kaffeepause in der Kaffeerösterei Bonapart nichts im Weg. Der alte Kornspeicher ist nur wenige Minuten vom Liegeplatz entfernt. Und denken Sie daran, Sie kaufen nicht nur einen Bootsliegeplatz im Bootsschuppen, Sie kaufen den Platz, wo sowohl Ihr Start als auch Ihr Ziel ist. Für viele Urlaubs-, Erholungs- und Entspannungstouren. Wo Sie Zeit mit Ihren Liebsten verbringen, sich vom täglichen Stress und der Hektik erholen und das Leben genießen können. Mehr Informationen erhalten Sie direkt von der Firma Hornimmobilien. Musik Dieses Immobilienvideo wurde Ihnen präsentiert von Hornimmobilien, Ihrem lizenzierten Videomakler in der Region Neubrandenburg, Dermin, Müritz, Mecklenburg-Strelitz und Uecker-Rando. Häuser sind nicht weit draussen, Träume stehen nicht im Starr. Wiederkommen zu Ihnen, Videomakler TV Wir bringen Immobilien nach Hause. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020